Jetzt läuft dann unsere Friedenskriege, die politischen Ordnung wird, so war ja, die Friedenskriege legt uns nochmal. Und wenn dann die Friedenskriege vorbeigelaufen sind, dann schießt ihr euch der Friedenskriege an und noch ein Stückchen weiter auf den Platz, einen Schritt vor den Reichstag, wo es dann ist, so gut geht es. Dann ist es schön, dass ihr alle da seid. Wir bilden dann wieder eine nette Kette, die stehen darin, dass immer nicht fünf Menschen nebeneinander laufen, sondern immer Menschen hintereinander laufen. Und alle in etwa zwei bis zwei Meter Abstand zwischen den verschiedenen Kettenfehlern. Wir bilden euch jetzt alle eine schöne Händchenkette. Lasst uns jetzt sofort auch uns im Deutschen Bundestag tragen. Schön, dass ihr alle da seid. Es geht dann halt los und reibt euch rein. Wenn wir dann hier vom Tor des Kanzlerlandes heruntergehen, sehen wir von euch aus gesehen rechts uns geblieben.